Moin, ne? Moin, sag, hm. Wer sitzt da auf meinem Kopf? Hallo. Wer sitzt da auf meinem Kopf, hm? Meine beiden Urlauber? Ja, so, hm. Milka und Freddy, mhm. Milka und Freddy, mhm. So, und da ist mein Milka, ne? So, mein Milka und mein Zitrone, ne? Ja. Und da kommt noch der Schneeball dazu, ja. Siehst du, der Schneeball? Mhm. So, der Schneeball, ne? Und so, guck mal jetzt. So, so. So, du gehst heute weg, ne? Ja. So. Hallo. 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 Ah, ah. Mann, oh, Mann. Ja? So, Milka. Bist du auch da? Handy? Handy, Handy. Du bist auch nicht, ja? Alter Wurst. Komm her. Ja? Dann nehmen wir den Silberadler, ne? So. Siehst du, der Silberadler hier unter uns? Hm? Ja. Ja. Das ist der alte Silberadler, ne? Hallo. Komm her. Hallo. Der alte Silberadler, ne? Ja. Wir haben noch einen neuen Hauswerten bekommen wieder, ne? So, der versteckt sich aber noch, ne? So. Der versteckt. Und komm mal her. Hallo. Hallo. Was soll das? Komm her. Hallo. Hm? Milka. Dein Milka-Vogel. Komm her. Ja? Ja. Das ist der alte Silberadler, ne? Ja. Das ist der alte Silberadler, ne? Komm her. Selberadler, ne? Zeig dich ruhig mal, ne? So. Hallo. Hallo. Zeig dich ruhig mal, ne? So. Hallo. Hallo. Zeig dich ruhig mal, ne? Nehmen wir da rum, ne? Tschüss, ne? Zeig dich ruhig mal. Zeig dich ruhig mal. Zeig dich ruhig mal. Zeig dich ruhig mal. Und? Was ist mit dir? Du gehst nächste Woche auf die Reise, ne? Ja. Du gehst nächste Woche auf die Reise. Dann machen wir da oben. Komm mal her. Hallo. Wer bist du? Urlauber, ja? So. Bist du ein Urlauber? Das ist Montag noch, ne? Mhm. Komm mal her. Hallo. Oh. Mein kleiner Zwerg. Mein kleiner fliegender Zwerg hier, ne? Ja. Siehst du das? Komm mal her. Ach. Keine Angst. Keine Angst. Boah. So ist das denn. Na, und du? Ja. Der Topf so rum. Wie geht der Topf. Mhm. So. Hier haben wir auch noch ganz schön, ne? Ja. Kommt ja auch noch ein ganz schön rein, ne? Ein Linsgrün rein, ne? Ja. Guck mal in die Kamera. Zeig dich mal. Mhm. So. So. Ja. Hier. Ja. Hier. Mhm. Mhm. Hier ist es. Mhm. Wer alleine fressen kann. Hopp. Das ist nicht. Mhm. So. Zeig dir mal voller Brach. Und hier ist wieder die Kuschel-Ecke, ne? So. Ab. So. Hier haben wir noch einen blauen. Der Hobby hier. Hoch mit dem hinteren Sack, ne? Hallo. 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 So ist das, ne? Hallo. Was ist hier oben los? Hm? Was ist hier oben los, hm? Ein gelber. So ist hier oben los. Hey. Nicht abhauen. Komm her. Die wird abgeholt, ne? Die wird abgeholt heute Abend, ne? So. Mhm. Und der Rambo auch, ne? Bist du das? Ja, ne? Sind wir so abgeholt, oder nicht? Du wirst, glaube ich, auch abgeholt heute Abend, ne? So. Mhm. Bist mal Oldenbosch. Ja. Bist mal Oldenbosch. Guck mal Oldenbosch. Ja. Wie? Du wirst, ne? Nee. Guck mal her. Röber Adler. Das reicht wieder, ne? So. Guck mal her. So. Wie war der Schürzt, ne? Heute.